Kathrin, weißt du, was ich eigentlich bemerkenswert finde? Na? Du bist in Nordbranburg geboren, ich in Rostock. Das ist ungefähr so weit weg wie jetzt. Chemnitz und Oberwiesenthal, oder? So fast. Aber dass wir so in der Nähe sind und uns heute zum ersten Mal begegnen, live quasi. Hast du eigentlich Fußball verfolgt früher, so Hansa Rostock und so? Ja, schon. Ja, doch, ich habe es verfolgt. Mein ganzes Leben hat Fußball begleitet. Wegen deinem Vater. Mein Vater, genau. Mein Vater war Fußballtrainer und hat ja nachher nach der Wende auch das Talente-Training in Neubrandenburg für den Deutschen Fußballbund gemacht. Und das hat er so lange gemacht, also wirklich bis ins hohe Alter und hat ganz sehr viel Freude daran gehabt und das ist automatisch. Mein Bruder hat Fußball gespielt und deshalb hat der Fußball uns wirklich begleitet. Ich habe gestern mit Juri Schlünz, dem langjährigen Kapitän von Hansa Rostock, telefoniert und der hat gesagt, dass er mit deinem Vater kurz Kontakt hatte. Es ging da um irgendeine Maßnahme von der AOK. Ganz genau kann ich es jetzt nicht mehr wiedergeben, aber dein Vater ist immer noch aktiv. Das habe ich da rausgehört. Der ist immer noch am Ball sozusagen. Na, mein Papa engagiert sich. Also er geht jetzt nicht mehr unbedingt auf den Fußballplatz, aber hat zu vielen natürlich noch Kontakt, also von früher und ist sozial sehr engagiert. Mein Vater wird übrigens nächste Woche Mittwoch 80. Vorher darf man nicht fatteln. Aber da gibt es eine große Sause oder? Ja, wir machen in Familie. Also ich fahre selbstverständlich Kasten nach Neubrandenburg und freue mich. Meine ganze Familie ist da. Die Geschwister meines Vaters sind da vor meiner Mutter und nicht so riesengroß. Und am Vormittag kommen dann die ganzen alten Fußballer. Ach schön. Ja, wir sind mittendrin. Sie haben es vielleicht schon gehört oder gesehen, wenn Sie bei Instagram oder beziehungsweise bei YouTube zuschauen. Katrin Krabbe ist heute mein Gast und jetzt starten wir mit dem Instagram. Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was wohl dieser ein zu erfolgreiche Profisportler oder jene siegreiche Profisportlerin heute machen? Dann seid ihr genau richtig. Denn hier rede ich mit den ehemaligen Aktiven, wie sie den Weg ins normale Leben, abseits von Flutlichtfans und dem geliebten Sport gefunden haben. Wir werden zurückschauen auf die Erfolge oder die Niederlagen, wenn es sie dann gab. Aber vor allem unterhalten wir uns über die Zeit nach dem Leistungssport. Mein Name ist Florian Weichert und ich war selbst einst Fußballprofi und arbeite seit Ende der 90er Jahre als Sportjournalist für den MDR. Und ich freue mich im Podcast Profisport AD jetzt Plan B auf eine launige Zeit mit Katrin Krabbe. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Wir sitzen bei dir zu Hause, um das eingangs nochmal zu konkretisieren. Wir sind in Chemnitz, dein aktueller Lebensmittelpunkt. Wie ist es dazu gekommen? Was heißt aktueller? Nein, es wird nicht mehr wechseln, aber es ist dein Lebensmittelpunkt. Sag es mal so. Es ist mein Lebensmittelpunkt, ja. Ich bin aus Mecklenburg weggezogen und spannend in einer Fernbeziehung gelebt. Also in Mecklenburg einen Chemnitzer kennengelernt, Fernbeziehung geführt und dann haben wir beschlossen, wir ziehen zusammen. Ich nach Chemnitz, weil mein Partner hier das Geschäft natürlich hat und ich mich hier auch sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und dann kam Corona. Ja. Ich war kaum hier und dann kam Corona. Dann kamen die Lockdowns und da haben wir jetzt letztendlich, haben wir mal drüber gedacht, haben gesagt, das ist eine gute Prüfung. Also wenn du das nach einer Fernbeziehung hingekriegt hast, 24-7 zusammen, dann klappt das auch für den Rest und das sieht gut aus. Wo gab es die größten Reibungspunkte? Wer kocht Essen oder wer bringt, es gibt ja manchmal so Dinge, wo man sagt, das habe ich gerne und nö. Nö, gar nicht. Also ich bin aus Neubramung weg, erstaunlicherweise. Ich habe hier auch viele Sachen gemacht, die ich vorher gar nicht gemacht habe. Also ich koche jetzt gerne, was ich vorher wirklich nicht so sehr geliebt habe. Und ansonsten hat das, es ist einfach gewesen. Es war eine Leichtigkeit da und ich meine, wir haben ja trotzdem die Möglichkeit gehabt, draußen zu sein. Und es war für uns gut aushaltbar. Erkennt man dich in Chemnitz? Also nicht, dass du dich äußerlich sehr verändert hättest, aber die Haarfrisur ist vielleicht gegenüber den Anfang der 90er. Ich hatte übrigens auch mal Kaltwelle, so wie du. Hat sich natürlich den Jahren entsprechend entwickelt. Katharina Witt würde man hier vermuten, aber Kathrin Krabbe in Chemnitz? Also erkennt man dich auf der Straße? Ja, also ganz aus der Öffentlichkeit bin ich ja nicht verschwunden. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen was im Fernsehen auch gemacht. Und es sind ja auch viele Sportler hier in Chemnitz. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Chemnitz war ja auch eine, wenn du vom Eiskunstlauf gerade sprichst, die Radsportler. Auch die Leichtathleten, wenn ich an Jens Karlowitz und Thomas Schönlebe denke. Also es waren schon… Nicht zu vergessen die Fußballer. Die Fußballer natürlich auch, ja. Die stellen wir gerade hinten an. Aber das ist so, ich weiß nicht, ob es viele Leute wissen. Einige haben es mitbekommen. Und das Erstaunliche ist immer, das hat glaube ich nichts mit Chemnitz zu tun, dass mich Leute anschauen. Und manche trauen sich dann, mich anzusprechen und immer sagen, ich kenne sie, sie haben mal Sport gemacht. Aber wissen dann in dem Moment nicht gleich, wer ich bin. Und viele, also ich bin jetzt im Immobilienbereich tätig und mache Vermietung bei uns in der Firma mit Wohnungsbesichtigung und so weiter. Und die bekommen dann eine Visitenkarte von mir. Da kriege ich so oft Anrufe im Nachgang und sage, ich habe gegoogelt, sie sind die, mir kamen sie bekannt. Also das ist ganz witzig. Die ganz jungen natürlich nicht mehr. Aber wenn man mit so in meinem Alter vielleicht ein bisschen jünger noch zusammen ist. Unser Alter. Genau, dann ist es so. Die guten 60er, 68er, du 69. 69, genau. Ja, ja, ja. Dich braucht man ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Schnellste Frau der Welt. Mit 10,99 bist du Weltmeisterin geworden. Über 100 Meter. Anfang der 90er warst der gefeierte Star. Und damals im quasi frisch vereinten Deutschland. Ja, sowas wie eine Ikone, die den Leichtathletik-Sport so ein bisschen auch ins Rampenlicht gerückt hat. In Tokio bist du dann auch noch über 200 Meter mal eben Weltmeisterin geworden. Mit Anfang 20 liegt dir die Sportwelt zu Füßen. Wie hat sich das angefühlt damals? Wir sind ja, ich sage mal so, im Osten groß geworden. Da hat man ja nicht so große Träume eigentlich gehabt, außer dass man mal zur Olympia fährt und danach vielleicht ein Baddruck oder Lada sich abholt. Also man war auf das, was passiert ist oder wir waren auf das, was passiert ist, nicht vorbereitet. Niemand, niemand von uns. Also ich meine, du hast selbst Fußball gespielt. Ich glaube, das, was sich da verändert hat, es war eine ganz, ganz andere Welt. Es war natürlich eine große Freude da, dass man jetzt mehr Möglichkeiten hat, dass die Grenzen offen sind, dass es für uns in vielen Dingen vielleicht auch ein bisschen einfacher wird, was Trainingslager betrifft. Obwohl ich, ich war, ich war noch nicht mal 20. Also ich kann mich, was ich bis dahin erlebt hatte im Leistungssport und was ich, was ich an Trainingslager auch im Ausland als Junior machen durfte. Ich konnte mich gar nicht beschweren. Aber es war natürlich so, dass es hat sich alles verändert. Du bist ja als Mensch nicht anders geworden und viele Dinge haben dich natürlich auch überrannt, gerade schon nach der Europameisterschaft. Die waren aber 1990 in Split, wo ich recht erfolgreich war, drei Titel geholt habe. Das war das letzte Mal, als die DDR-Nationalmannschaft aufgetreten ist und eine Bundesrepublik, also eine westdeutsche Nationalmannschaft, da gab es zwei. Das Jahr drauf war es dann nur noch eine Nationalmannschaft und da ging das, da ging das los und es hat, es hat dich überrollt. Es war stolz natürlich auch bei in den ersten Momenten, wie die Reaktion der Öffentlichkeit ist, wie, was mit mal für eine Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Man hat die Möglichkeit natürlich gehabt, ganz anders den Sport auch zu betreiben. Es gab Werbepartner dann letztendlich. Also es war ganz viel Stolz, ganz viel Freude dabei und also mich hat das wirklich, ja, es hat dich so eine Treppe hochgehoben. Man hat dich Grace Kelly, der Leichtathletik genannt. Warst du mit dem Namen eigentlich immer zufrieden? Ja, es war mir vom Prinzip her recht egal. Also das Blatt hat sich ja nachher gewandelt, weil es ist so, du stehst in der Öffentlichkeit, es wurde alles über dich geschrieben. Es wurde über dich geurteilt, es wurden Dinge über dich geschrieben, die nicht wahr waren, wo du überhaupt nicht nachgefragt wurdest, wo dir Worte in den Mund gelegt wurden, die gar nicht wahr waren. Ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe dann immer da gesessen und habe gedacht, so etwas habe ich doch niemals gesagt. So bin ich doch gar nicht. Also, dass man als etwas dargestellt wurde, was ich nicht gefühlt habe. Und dieses Grace Kelly, der Leichtathletik, war für mich eher, ja, ich weiß nicht, ob ich das Wort Schemen verwenden darf dafür. Es war auf der einen Seite schon Lob, weil ich auch wusste, was damit gemeint war. Aber es hat ja nicht meine Leistung gewürdigt. Also es war letztendlich, ich war super erfolgreich und ich hatte das Glück, groß zu sein, blond zu sein, schnell zu sein. Ich war für viele Leute interessant, für Werbepartner interessant. Aber auf der anderen Seite habe ich mit Leuten in einer Trainingsgruppe trainiert, die ähnlich erfolgreich waren wie ich oder auch in der Nationalmannschaft und wo ich gesehen habe, keine Werbeverträge, Disziplin. Weil die äußeren Merkmale nicht ganz so gut zu verkaufen waren? Ja, letztendlich ist es so. Es werden Werbepartner gesucht, die das Produkt natürlich darstellen. Es werden Menschen gesucht, die absolut in der Öffentlichkeit stehen und die ein Gefühl vermitteln, dass das, was da verkauft werden soll oder präsentiert werden soll, ein gutes Produkt ist. Und da gehören natürlich Äußerlichkeiten dazu. Ich habe einen Podcast gemacht, auch nachzuhören, mit Susan Tietke. Da höre ich so Ähnliches raus. Susan hat dann mal einem Angebot nachgegeben, was den Playboy anbetrifft für alle jüngeren Zuschauer. Das war eine Zeitung, wo, ich sage mal, Frauen sehr ästhetisch abgebildet wurden, aber sie waren nackt. Gab es so ein Angebot für dich auch mal? Mehrere. Und? Nein, ich habe es nicht gemacht. Nein, das weiß ich, aber immer abgelehnt. Immer abgelehnt. Ich habe viele Formate abgewählt. Dschungelcamp zum Beispiel. Also das sind so Sachen, nee, also das war für mich, nein, das war nichts für mich. Also ich habe in dem Moment natürlich auch immer, ich habe zwei Kinder auch und ich weiß, der Playboy macht schöne Fotos und das wäre bestimmt auch eine spannende Geschichte gewesen. Aber letztendlich ist es so, wenn du so sehr in der Öffentlichkeit stehst oder gestanden hast mit allen Hochs und Tiefs, dann müssen meine Kinder nicht noch angesprochen werden, weil sie die Mama nackt im Playboy gesehen haben. Also so war, so war meine Einstellung. Du warst omnipräsent bekannt. Konntest du ohne Pass reisen wie Boris Becker, wenn er mal… Nein, natürlich nicht. So war das nicht. Aber wir haben es ja gerade schon mal angesprochen. Die Mauer in der DDR fiel, also 19 Jahre alt war es, glaube ich, oder 80. Nee, du wurdest ein paar Tage später 20, glaube ich, wenn ich das richtig nachgerechnet habe. Und du hast im November Geburtstag und jeder weiß, wo er damals war. Ist das bei dir auch so? Ich war zu Hause. Ich war tatsächlich zu Hause. Ich war in Neubrandenburg und habe das, ich meine, ich weiß es nicht mehr zu 100 Prozent, ich meine, ich habe es im Fernsehen mitbekommen. Ich hatte recht schnell danach, eine Freundin ist aus dem Trainingslager aus Bulgarien wiedergekommen und die erzählte mir dann sofort, sie hatte ein Telefon… Nein, die waren während die Mauer fiel, waren die in Bulgarien und mit der hatte ich dann gesprochen und sie hatte ein Telefonat mit ihrer Mutter und die Mutter hat dann erzählt, dass ihr damaliger Freund, ich weiß gar nicht, wo der hin war, ich glaube, nach Hamburg gefahren ist. Und dann hat sie gedacht, ach, er hat endlich seine Jugendtouristreise gekriegt. Aber die waren in Bulgarien, in den Bergen, die haben davon gar nichts mitbekommen. Und wir haben erst mal gesagt, nee, die Mauer ist gefallen und das ist alles offen. Also die waren völlig durch den Wind. Das ist so eine Situation, wo ich mich sehr intensiv dran erinnere. Ach so lustig. Und hast du auch mal überlegt, was passiert wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre? Nee. Nee. Hast immer vorwärts gedacht und hast gesagt, so jetzt ist diese… Habe ich wirklich nie dran gedacht, weil diese Aussicht, die da kam, also wir hatten auch zu DDR-Zeiten, meine Oma, die hatte eine Schwester, die hat über Hamburg gelegt und wir hatten Verwandtschaft auch und da hat man natürlich ein bisschen was mitbekommen. Ich war selber im KA, wurde es damals genannt, kapitalistisches Ausland, wenn wir irgendwo hingefahren sind oder irgendwo hingeflogen sind. Und da hatte ich natürlich einiges schon gesehen und das war eine Freude auf das, was passiert. Ja, ja. Alles begann für dich in Neubrandenburg. Die Stadt, die unzweifelhaft mit dem See, mit dem tollen Namen Tollensesee verbunden ist. Wie muss ich mir deine Kindheit vorstellen? So klassisch Plattenbau, Neubrandenburg-Schule, gab es ein lustiges Badeerlebnis am Tollensesee? Ja, ich war sehr aktiv. Ich glaube, ich war mehr junger als Mädchen, als kleines Kind und auch in der Grundschule noch. Ganz sehr behütet aufgewachsen, also sehr eng mit den Großeltern verbunden. Und meine Großeltern hatten damals eine Gärtnerei in Neubrandenburg, eine recht große Gärtnerei und wir haben in der Gärtnerei getobt, ganz viel Zeit verbracht. Wenn Totensonntag war, haben alle um diesen großen Tisch gesessen. Meine Großeltern und Leute, die dort mitgearbeitet haben, haben Kränze gewohnt. Wir haben in der Familie zusammengesessen oder selber auch auf dem Tisch dort in der Gärtnerei und haben Kätzchen gepoolt. Jetzt fragen sich alle, was ist Kätzchenpoolen? Die Weidenkätzchen, ne? Weidenkätzchen. Das sind die Weidenkätzchen und diese weißen Puschel haben so eine Hülle drüber und die muss natürlich entfernt werden, dass man es in Kränze oder Streuße oder sowas schicken kann. Also eine sehr, sehr behütete Kindheit, viel in der Natur gewesen, viel mit der ganzen Familie zusammen gewesen. Also auch mit der Familie von meiner Mutters Schwester, mit Oma und Opa zusammen. Wir haben schöne Urlaube gemacht, an der Ostsee gewesen, an der polnischen Ostseeküste, auch in die Berge sind wir mal gefahren. Also ich habe wirklich eine super, super schöne Erinnerung an meine Kindheit. Auf dem Hof draußen noch gespielt, Zelte gebaut. Ich habe, Neubrandenburg ist umgeben von einer Mauer. Stimmt. Mit dem Schlitten sind wir dahin gezogen und sind gerodelt. Aber eher Neubau oder Altbau oder wie war das? Na, das, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie alt waren das? Also die standen, ich denke mal, die wurden so gebaut in den 50er Jahren. Aber das Gebiet, welches Gebiet? Nee, kein, kein Neu, nicht keine, du meinst jetzt diese typischen Platten? Nee, nicht in der Platte haben wir nicht gewohnt. Und wie hieß das in Neubrandenburg, war das Zentrum oder? Ja, wir haben im Zentrum gewohnt von Neubrandenburg. Also alles war fußläufig oder mit dem Fahrrad gut erreichbar. Und ich kann das nach wie vor sagen, also wenn mich jetzt jemand fragt, ich mag Neubrandenburg. Neubrandenburg ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Wir haben so viele Sommerabende am See verbracht und sind, du kannst mit dem Fahrrad alles erreichen. Kannst du mit dem Fahrrad alles erreichen? Nö, der war irgendwo auf der Party, glaube ich. Ja, Tollensesee, das hört sich für mich damals immer so an, wie so ein Käse. Ja, du hast recht. Ich weiß gar nicht, wie das so gekommen ist. Nee, wir haben einen super schönen See. Der hat zwar keine Verbindung zu irgendwas, also du kannst da nicht mit dem Boot, da musst du dann schon auf die Müritz gehen in Waren. Aber wunderschöne, schöne Strände, die Jugendlichen treffen sich da heute. Schöne Spazierwege auch, von Wald umgeben. Wirklich schön. Dein Vater hat Fußball gespielt, sogar bis in die DDR-Oberliga geschafft, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Kann ich mir deine Kindheit so vorstellen, dass du musstest beim Training immer dabei sein und irgendwann war dir langweilig und hast dann auf der Aschenbahn ein bisschen hin und her gelaufen und dann dein Vater gesagt, kann das Kind nicht mal jemand zur Leichtathletik bringen? War das so? Nee, du weißt selber, wie das war zu DDR-Zeiten. Also die haben ja schon teilweise im Kindergarten. Ich bin im Kindergarten schon irgendwie in der letzten Gruppe, bin ich in der Gymnastikgruppe gewesen. Warst du immer größer? Möchte ich gar nicht behaupten. Also ich kann das nicht sagen als Kind, als ich kleiner war. Ich kann es dir erst sagen, als ich in die Kinder- und Jugendsport, nee, als wir mit dem Trainingszentrum mit dieser Zeit angefangen haben, da waren viele Mädels dabei, die waren etwa so groß wie ich, aber körperlich schon weiterentwickelt. Also ich war so ein bisschen so ein Spätzünder und bin dann natürlich erst später gewachsen. Aber wenn ich mir jugendweilige Bilder anschaue, ja, war ich schon größer als andere, aber jetzt nicht irgendwie ein Riese. Und wir kommen zurück auf den Kindergarten, wo ich dann schon in so einer Gymnastikgruppe war und es ging ja mit der Grundschule schon los. Es gab ja zu DDR-Zeiten diese, ja, Schulsport, wie nannte man das, ja, es wurde ganz viel angeboten, wo du hingehen konntest und es war nicht nur Sport. Arbeitsgemeinschaft hätte ich bald gesagt. Ja, so in etwa, so möchte ich das auch bezeichnen. Und das war ja nicht nur Sport, du hättest ja auch andere Dinge wählen können. Und ja gut, ich war ja nur halt sportlich und da habe ich natürlich einige Sachen ausprobiert. Dann hast du diese Schulwettkämpfe gehabt, Crossläufe und so weiter. Und dann wurden die Leute, die gut waren, natürlich rausgenommen. Und so hat sich das mit der Leichtathletik herauskristallisiert. Okay, ja. Und ab wann hast du gemerkt, dass du nicht länger als eine Stadionrunde durchhältst und lieber 100 und 200 Meter laufen willst? Die Langläufe habe ich nie, nie, nie gemocht. Also ich war auch gar nicht so schlecht in Crossläufen zum Beispiel, aber ich fand das ätzend. Also dieses da berghoch und runter, ich glaube, das fanden wir alle so richtig doll am Boden liegen danach und total fertig sein. Nein, das war damals, glaube ich, eher eine Zufallsentscheidung, dass ich Sprinter geworden bin. Also soweit ich mich erinnere, war das so, als wir aufgenommen wurden in die Kinder- und Jugendsportschule, du machst ja einen Aufnahmetest, machst dann alle Sportarten. Und da stand die Entscheidung, Sprint oder Sprung bei mir. Und in dem Jahr war der Sprinttrainer, die haben sich immer so gewechselt. Und dann einmal, ein Jahr durfte anfangen, der Sprinttrainer sich Leute auszusuchen. Und im anderen Jahr war das halt einfach der Sprungtrainer. Und bei mir war es der Sprinttrainer und da bin ich zu den Sprintern gekommen. Ach so. Und du warst doch nicht böse über die Entscheidung, also Sprint gegenüber dem Sprich. Oder hast du gesagt, das hätte ich auch gerne mal gemacht, Weitsprung. Ich war stolz, dass ich auf die Kinder- und Jugendsportschule durfte. Mir hat das einfach Spaß gemacht. Ich war damals schon, habe ich Medaillen, wo es gab ja die Bezugsmeisterschaften und so weiter und so fort. Und das war eine Freude, war mir recht egal. Aber natürlich im Nachgang war das gut. Gute Entscheidung. Aber du warst jetzt keine, die so quasi von den Eltern so getrieben wurde. So Christian Schenk zum Beispiel, weil wir bei Crossläufen jetzt gerade waren, das fällt mir ein. Nein, da hat sein Papa, weil er den Crosslauf nicht beendet hat, ihn einfach mal stehen lassen und er musste zu Fuß nach Hause laufen. Also der Vater war sehr streng, was auch seine sportlichen Ambitionen dann betrifft. Das hört sich bei dir jetzt gar nicht so an. Nein, auf die Art und Weise war das auf keinen Fall. Also mein Vater war auch sportverrückt, logischerweise, weil ihn Sport sein ganzes Leben begleitet hat. Und das hat er natürlich an uns auch weitergegeben. Also wenn wir dann zu Hause mal gewesen, zu Hause waren abends, dann hat er gesagt, oh, macht mal Bauchmuskeln oder macht mal dieses oder jenes. Oder ich konnte zum Beispiel nicht gut werfen. Also so Schlagballweitwurf war für mich was Grauenvolles, konnte ich nicht. Meine Großeltern damals, die hatten ein Wochenendhaus, zehn Kilometer weg von der Bram. Da sind wir dann aufs Feld gegangen und haben Schlagballweitwurf geübt. Mit Steinen sozusagen. Nee, er hat Schlagball sogar gekauft. Also richtig. Ja, richtig, natürlich richtig. Und da habe ich manchmal gesagt, oh, kann nicht auch mal ohne, weil du hast ja die ganze Woche schon was gemacht. Und ja, aber da war er sehr hinterher. Aber das muss ich im Nachgang auch sagen, wenn mein Vater nicht so hinterher gewesen wäre und nicht so dem Sport diese Aufmerksamkeit geschenkt hätte, dann wäre ich auch nicht so weit gekommen. Aber es hat, ich habe keine Erlebnisse in meinem Kopf irgendwie, wenn Wettkampf nicht gut war oder irgendwas war. Ich wurde zu Hause eher dann immer in den Arm genommen und getröstet. Und das war, egal in welcher Zeit das war, auch als es mit dem Sport dann vorbei war, als wir gesperrt waren. Also meine Eltern, mein Bruder, die standen immer hinter mir und da gab es keine bösen Worte. Schön. Da kommen wir noch zu. Aber ich will noch mal weiterfragen, wie sie die DDR-Zeit gerade zum Ende der DDR hat ja immer so ein paar Anekdoten auf Lager. Also im Fußball war es so, dass man, wenn man DDR-Ausfallspieler war, konnte man auf Schuhe aus dem Westen hoffen. Also sprich auf die Adidas-Schuhe. Turnschuhe zum Beispiel haben wir dann meistens nur in der Disco angezogen, weil die zu Jeans immer richtig cool aussahen. Die haben wir weniger zum Training benutzt. Und bei Fußballschuhen war das natürlich ähnlich. Die Freude war groß, wenn man so einen Schuh dann anziehen wollte. Wie war das bei euch in der Leichtathletik? Mit Spikes und Turnschuhen aus dem Osten, da konnte man keine Konkurrenz beeindrucken oder wie war das? Ja, es war normalisiert. Das hatten ja vom Prinzip her alle an. Als man dann besser wurde, also im Eltern nachher, ich würde mal so behaupten, ab 16, ja so ab 16 ungefähr, kann ich mich erinnern, gab es bei uns im Sportclub, gab es einen Raum, wo die Schuhe standen. Und da wurde dann, man dann manchmal herein geweht. Na, war doch, natürlich sehr toll. Und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, da sicher wurden die Schuhe geschont und nicht unbedingt zum Training angezogen. Also das war schon, das war wirklich schon ganz, ganz sehr, ganz, 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 sehr besonders. Aber da muss ich zum Beispiel auch sagen, was meine Eltern betraf, es gab ja manchmal unter der Hand oder ganz sehr, sehr, sehr selten gab es ja Schuhe auch, ich meine von Adidas. Oder Puma zum Beispiel, um mal ein paar Namen zu nennen, aber Puma tatsächlich gab es auch mal zu kaufen, eine ganze Weile in Berlin sicherlich öfter. Die super teuer waren, also mit unserem Geld zu bezahlen, super teuer waren, haben meine Eltern mir gekauft. Okay. Also die haben da wirklich das… Alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ja, 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 ja. Sehr schön. Wie hast du damals Tokio 91, heute noch in Erinnerung, hast du gewusst, dass du die damals alle schlagst? Und Doppelweltmeisterin, als Doppelweltmeisterin nach Hause fährst? Also vor den Weltmeisterschaften, vor den Weltmeisterschaften nicht. Ich war gut, aber es gab viele oder einige, wenn man an Merlin Otte denkt, die ganz, ganz sehr dominant waren. Zur Erklärung vielleicht, Sprint ist auch eine Tagesform. Der 100-Meter-Sprint spielt sich hauptsächlich im Kopf ab, gerade der Wettkampf, weil die Vorbereitung, die machst du vorher. Also das, was du trainieren musst dafür, das Technische, auch im Block zu sitzen, aus dem Block rauszukommen, das kannst du alles vorher. Das sind alles automatisierte Sachen. Dafür hast du vorher hart trainiert. Aber wenn dann der Tag des Wettkampfs kommt, dann ist das eine Kopfsache. Es gibt ja, weiß ich nicht, kennst du wahrscheinlich auch viele oder nicht viele, einige Sportler, die an ihren Nerven scheitern. Ja, die super Trainingsweltmeister sind. Genau, genau. Und da kann ich sagen, was die 100 Meter betraf, ich kann jetzt nur von dem Finaltag reden. Also ich habe mich jeden Tag, das geht ja über zwei Tage, du hast ja am ersten Tag zwei Läufe, genau. Der erste Tag ist immer für mich, der allererste Lauf ist für mich der aufregendste gewesen. Weil da siehst du, wie kommst du mit der Bahn zurecht, wie geht es, wie bist du drauf und wie leicht fällt dir das. Und das lief gut und das lief super gut, habe ein schönes Gefühl dabei gehabt. Und dann am zweiten Tag ist dann ja erst das Halbfinale und das Finale. Und du bereitest dich ja auch auf jeden Lauf, also auch auf das Finale, bereitest du dich ja vor. Du musst dich warm machen, du machst eine gewisse Zeit vorher, ich meine ungefähr eine Stunde vorher, bevor du aufgerufen wirst und in den Callraum kommst, machst du eine maximale Belastung, einen maximalen Lauf. Also das heißt volle Kanne? Ja, genau, also wirklich richtig, wie so eine Vorbelastung, kann man das sagen. So eine Stunde vorher, das ist dann nochmal so wie so ein Anschwitzen und anschwitzen kann man gar nicht sagen. Das Anschwitzen ist vorher, aber das ist noch einmal, das ist noch einmal, um richtig, ja um die Muskeln auf Betrieb zu bringen und um einfach ein Gefühl zu bekommen auch. Hast du das nur für dich gemacht oder haben es alle so in dem? Ich kann es dir nicht genau sagen, wir haben es immer gemacht. Also immer bevor der Wettkampf Lauf war, der entscheidende Lauf war, haben wir eine maximale Belastung gemacht und den Lauf simuliert. Vom Kopf her natürlich locker, weil es ging in dem Moment ja um nichts. Und dann geht es natürlich auch oft einfach. Und das ist aber dann auf einem Nebenplatz, auf einem Aufwärmplatz? Auf einem Aufwärmplatz. Da sicherst du dir dann eine Bahn, schaust, der Trainer passt dann auf und andere Leute, die mit dir laufen oder in der Sportgruppe aus sind, passen auf, dass du in dem Moment nicht gestört wirst, nicht behindert wirst. Und dann machst du halt einfach diesen Lauf. Ich habe ihn auch nicht aus dem Tiefste, aus dem Block gemacht, sondern einfach aus dem Hochstart und dann fliegenden Lauf, um da zu sehen, wie es geht. Und da war es so, bei diesem Lauf, vor dem Finallauf in Tokio, ich habe es auch wirklich nur einmal in meinem Leben so gespürt. So viel Leichtigkeit, das war alles so einfach. Ich habe mich so großartig gefühlt, dass ich dann, als ich mit dem Lauf fertig war, war für mich im Kopf klar. Und das habe ich mir nie gesagt. Das habe ich mir wirklich nur zu dem Lauf gesagt. So, und wenn du diesen Lauf heute nicht gewinnst, dann schaffst du es niemals. Und heute gewinnst du diesen Lauf. Und so bin ich ins Stadion gegangen. Und das war einmal in der ganzen Karriere. Also dieses ganz intensive Gefühl, mit einer Selbstsicherheit an den Block zu gehen und dann zu sagen, heute gewinne ich den Lauf. Ja, das hört sich cool an. Man hat dann auch so eine gewisse Überlegenheit gegenüber den anderen. Oder die nimmt man dann gar nicht mehr so wahr, weil man einfach sagt so, jetzt will ich mein Ding jetzt hier durchziehen, jetzt will ich zeigen. Oder beobachtest du trotzdem noch die Konkurrenz da beim Warmmachen oder bei den Dehnübungen im Callroom und so? Man nimmt sie wahr. Also ich habe sie schon wahrgenommen. Aber man kann ja auch mit einer gewissen Ausstrahlung die anderen auch so ein bisschen beeindrucken, oder nicht? Ja, ich denke, dass man das kann. Ich denke, dass die anderen das auch spüren. Und für mich war es in dem Moment so einfach, weil es hat niemand erwartet. Und es hat niemand, wenn ich diesen Lauf gut gemacht hätte und ich wäre vierte geworden oder dritte geworden, wäre es auch gut gewesen. Ich war im Finale. Und das ist seit Ewigkeiten ja auch nicht mehr vorgekommen. Und da war es so wahrscheinlich, ja, ich denke, das war so. Was ich dazu aber auch noch sagen kann, dass man natürlich sich psychisch auf so ein Rennen auch einstellt. Und da hat mein Trainer zu mir gesagt, und das habe ich vorher auch noch nicht so gemacht, danach habe ich es dann immer so gemacht, mach es heute anders. Du gehst in den Block und wenn du hochkommst, wenn dein Blick auf die Bahn gerichtet ist, suchst du dir einen Punkt am Ende deiner Bahn. Und dann, meistens sind es ja Banden und diesen Punkt verlässt du nicht. Zielgerichteter Lauf. Genau. Und das hat wahrscheinlich verursacht, dass alles ausgeblendet war. Also ich bin durchs Ziel gelaufen und konnte nicht sagen. Habe ich jetzt gewonnen, habe ich nicht gewonnen. Ich konnte es nicht sagen. Man hat die Bilder noch im Kopf. Ich habe es dir vor kurzem gerade nochmal angeguckt. Es war jetzt keine Euphorie da. Also es dauert erst mal so ein bisschen. Ich konnte es nicht sagen, weil ich kein Gefühl dafür hatte, was passiert ist. Ich wusste es nicht. Ich musste mich umdrehen und musste auf der Leinwand mir anschauen, wie ist dieser Lauf ausgegangen. Krass. Ja. Ja, verrückt. Bei den 200 Metern war das dann entspannter? Ja, die 200 Meter waren dann eine Zugabe. Also mir war vorher klar, dass ich die 200 Meter laufe. Aber ich habe das gehabt, was ich wollte oder was ich mir erträumt habe. Und dann, das andere passiert automatisch dann. Also das ist dann so, das läufst du einfach. Und dann läufst du wirklich mit so einer Leichtigkeit, dass da vom Prinzip her gar nichts mehr schief gehen kann. Toll. Ja. Und dann Rückflug, Tokio. Das war dann mehr oder weniger eine große Feierei in Neubrandenburg. Du warst plötzlich ein Superstar. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern oder in Neubrandenburg, sondern in Deutschland und so. Das muss man auch alles erst mal verkraften, oder? Das ist so, das, was dann so hinten dran kommt nach dem Sport, so mit diesem ganzen Medienrummel umzugehen. Das ist doch. Man weiß gar nicht, was dann passiert. Also es ist wirklich so, es ist eine ganz große Freude da. Und natürlich haben wir mit der Mannschaft auch, wir haben auch gefeiert und ich habe auch zu Hause gefeiert. Also die Freude war natürlich riesengroß. Ich war auch so super stolz. Also wirklich, ich habe mich auch für so viele Leute mitgefreut, also weil es haben so viele Leute einfach verdient, dass man sich mal einen Erfolg abholen kann. Und ja, danach, ich bin fast nur umhergereist. Also da musst du dann wirklich, musst du dann wirklich aufpassen, was… Dass man sich nicht verliert. Genau, genau. Und das ist, und das ist, das ist einfach, das ist der schwierige Part. Und dann kommt eine Zeit für dich, die so einen gewissen Wendepunkt darstellt. Doping-Affäre, die letztlich dazu führt, dass du nie wieder die Tartanbahn betrittst. Was ist damals passiert? Wenn ich dich jetzt einladen würde in eine Schule, neunte Klasse, die wissen wenig über die Zeit damals. Wie würdest du ihnen erklären, wenn sie fragen, Frau Krabbe, sie sind Weltmeisterin geworden und dann sind sie nie wieder gelaufen und da gab es eine Doping-Affäre, wie können wir uns das alles erklären? Wie siehst du das heute und wie erklärst du es heute? Das kann ich vom Prinzip mit kurzen Worten erklären. Wir wurden damals gesperrt wegen Medikamentenmissbrauch. Wir haben ein Medikament eingenommen, was zum damaligen Zeitpunkt nicht auf der Dopingliste stand. Wir waren in Zinnowitz an der Ostsee im Trainingslager, haben viele lange Läufe im Sand gemacht und haben ein Medikament genommen, was die Lungenkapazität erweitert, also ein Asthmaticum. So möchte ich das einfach mal bezeichnen. Und dieses Medikament, wie gesagt, stand damals nicht auf der Liste. Aber man hat euch vorgeworfen, dass das Medikamentenmissbrauch war, ne? Das war der Knackpunkt. Ja, wir hatten kein Rezept für dieses Medikament. Das hat unser Trainer besorgt, hat uns das erklärt. Und die Absicherung steht auf der Liste, steht es nicht auf der Liste. Weil es ist ja letztendlich ein Irrglaube. Du versuchst natürlich als Hochleistungssportler, alles zu tun oder vieles zu tun, um gut zu werden. Es gibt so viele, es gibt diese Eiweißpulver. Es ist so ein Zwiespalt letztendlich auch, also um zu Zinnowitz dann auch nochmal zurückzukommen. Wir waren dort oft im Trainingslager, weil man da sehr in Ruhe gelassen wurde und viel Natur hatte. Also es war sehr einfach, es war eine einfache Sportschule und das war für uns gut. Und wir haben uns dort an der Ostsee immer recht wohl gefühlt. Und da waren wir in einer Phase, wo ich zum Beispiel auch viele Läufe auf der Bahn gemacht habe. Und das zweimal am Tag. Und das reizt natürlich, wenn ich das einfach im einfachen Ton beschreiben kann. An den Schienenbeinen hat man irgendwelche Dinge, die anfangen dann weh zu tun. Und ich bin oft zum Training gegangen und habe vorher Schmerztabletten genommen, weil ich sonst die Trainingseinheit nicht durchgestanden hätte, um den Schmerz wenigstens für eine kurze Zeit auszublenden. Also und wenn man das so nimmt, dann ist es vom Prinzip, wenn ich sie nicht genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich die Einheit nicht so machen können, wie ich sie gemacht habe. Oder ich hätte sie früher beenden müssen oder ich hätte sie gar nicht machen können. Also das ist, ja, kann man genauso darüber diskutieren. Aber das mit diesem Medikamentenmissbrauch, das ist richtig. Wir wurden gesperrt, weil wir das Medikament ohne Rezept eingenommen haben und keine Indikationen hatten. War das etwas in einer Zeit, wo man geglaubt hatte, dass alle oder dass man das braucht, das Medikament, um das Maximum an Leistung zu oder noch ein bisschen mehr rauszuholen? Weil so ein Lungenmedikament würde man jetzt, oder so ein Lungenspray war das, dieses Medikament? Ja, das war eine Tablette. Ach, das war eine Tablette, aber die zur Erweiterung der Lunge. Aber war einem damals als Sportler so die ganzen Zusammenhänge bekannt, dass das in irgendeiner Weise gefährlich oder auch zu einer Sperre führen könnte? War es nicht, weil es war ja so, und das hat mich auch so sehr oder uns so sehr niedergeschmettert, das war wirklich eine Zeit, wir haben manchmal zwei Kontrollen am Tag gehabt. Und wir hatten das Medikament schon über einen gewissen Zeitraum genommen. Ach, es hat niemand beanstandet damals. Und sie haben das immer, sie hätten es immer sehen können oder sie haben es immer gesehen. Ja. Und es wurde nicht beanstandet. Und dann wurde es im Nachgang auf die Liste genommen. Mhm. Zurecht. Ja. Denke ich auch. Und, aber das war halt einfach unser Genickbruch. Ja. Es beginnt eine ganz, ganz schwierige Zeit, wie ich mir so vorstellen kann, von heute auf morgen und unser Podcast beschäftigt sich ja dann gerade so mit diesen Brüchen, wenn der Sport dann vorbei ist. Und wie war deine Gedankenwelt damals, okay, das löst sich alles auf, die Olympische Spiele hast du nicht mitmachen können in Barcelona, weil du keine Qualifikationswettkampfe laufen konntest. Und die, 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 die Gret Breuer und, wer war noch dabei? Manuela Derr. Manuela Derr. Ebenfalls nicht, ne? Und wie, wie war so damals die Gedankenwelt, ach, das, das, das geht bald vorbei, nächstes Jahr sind wir wieder am Start? So habe ich am Anfang gedacht, ja. Dass ich gedacht habe, okay, das löst sich auf, als erst mal der Vorwurf war, also weil, war so eine Ungläubigkeit, Ungläubigkeit auf, so richtig begriffen, wie ernst die Sache ist und was es, was es bedeutet und was es bedeuten könnte, war natürlich, als die Medien anfingen zu berichten und zu schreiben, zu verurteilen und zu, ja, abzuurteilen auch, also dass man wirklich ganz schnell in eine Ecke gestellt wurde, wo ich mich gar nicht gesehen habe. Und, äh, das war, das war schwerer, viel, viel schwerer zu verkraften, auch dieses, ähm, sich schämen vor anderen, nicht vor irgendjemanden, sondern vor der, vor der Familie, weil, die waren alle stolz auf dich und mal kommt so eine Geschichte. Ich kann das, äh, kann das zum Beispiel auch sagen, habe ich eine recht gute Erinnerung, als, äh, die Medien angefangen haben zu, zu schreiben und, äh, ich konnte vieles gar nicht mehr lesen und hab's dann auch gar nicht mehr gelesen. Ich hab mich zum Beispiel nicht getraut, auf die Straße zu gehen, weil ich gedacht hab, oh Gott. Die zeigen alle mit dem Finger auf dich. Die zeigen alle mit dem Finger auf dich, die haben sich mit dir identifiziert und dieses, die waren so stolz auf dich und jetzt, äh, ist alles, äh, jetzt hab ich alles kaputt gemacht. Und, ähm, ja, irgendwann musst du dann ja mal wieder rausgehen und ich war, ich war ganz sehr, äh, ganz sehr froh und, ähm, auch erleichtert, wie die Reaktion der Menschen war. Ich bin logischerweise in Neubrandenburg. Zuerst Neubrandenburg ist nicht so eine große Stadt und natürlich kannte mich da, kannte mich da jeder und, äh, es war, die sind auf mich zugekommen, die Leute, die haben mich ermutigt und, äh, ganz viele liebe Worte sind gefallen, ganz viele, ich hab so wenig böse Sachen erfahren müssen, auch, äh, im Nachgang bis zum heutigen Tag und das finde ich so, was ein Sport auch auslösen kann, dass, dass sich Leute ansprechen und dir sagen, oh, du hast uns so viel Freude bereitet, wir waren so stolz auf dich und, äh, da war einer, eine aus dem Osten und, also, so Dinge, die sie selber vielleicht nie verwirklichen konnten in ihrem, äh, Leben. Also, es gab ganz viele, äh, die sehr, sehr nah das verfolgt haben und mitgelitten haben, das, was ich erlebt hab, was ich gemacht hab, Erfolge wie Niederlage und das ist erstaunlich. Mhm, das gab ja auch in der DDR so eine, so eine, so eine, so eine, ja, ich sag mal, Kultur, die Sportler, ähm, ja, mehr oder weniger als, 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 als Helden zu feiern, ich denke an Jens Weißflug, Olaf Ludwig, Katharina Witt, äh, und wie sie alle heißen, ähm, die ja, da, die ganze Republik stand hinter ihnen und, und hat die Daumen gedrückt und das war bei dir nicht anders. Beim Fußball hört's dann schon wieder auf, wenn Chemnitz gegen Rostock spielt, da, da wird, aber, 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 aber so, aber so war das und ich hab auch gedacht, ähm, Ähm, du bekamst dann Recht vorm großen Sportgerichtshof, aber es war eine viel zu lange Zeit, wie, 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 wie hast du von Jahr zu Jahr immer wieder neu gedacht, immer wieder neu, ähm, ich muss dazu sagen, also, 92 war die Sperre, fing es an. Dann wurdet ihr für zwei Jahre, äh, 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 gesperrt wegen Medikamentenmissbrauchs und dann hast du gedacht, okay, das ist ja in 94, fängst du nochmal wieder an. Und dann wurde die Sperre nochmal verlängert, glaube ich, von, vom Internationalen. Ja, ganz ehrlich. Du weißt das gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab's jetzt vor kurzem nachgelesen. Es sind, es sind, es sind so viele, so viele Fakten. Wahrscheinlich ist das der menschliche Körper und ist auch ein Schutz eines Menschen, dass du, äh, manche Dinge, die Details dann ausblenden kannst, wenn dich dann jemand, äh, anspricht darauf, dass du dich erinnerst, aber dass viele Dinge gar nicht mehr bei mir im Kopf sind. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich können wir das als Menschen so, dass man sich selber, äh, schützt, um nicht, um nicht kaputt zu gehen oder seelisch, seelisch nicht kaputt zu gehen. Und, äh, auch diese Zeit ist bei mir so fast wie im Nebel. Wir haben trainiert und es gab ja in Neubrandenburg, äh, einen Wettkampf. Ich wollte gerne noch. Aber ich hab nicht mehr so trainiert, wie ich's vorher gemacht hatte. Ich konnte das einfach nicht mehr. Ich kann's auch nicht. Ich war bereit, mich körperlich zu belasten, aber mein Kopf hat nicht mitgemacht. Also, das war so. Es waren keine Ziele mehr da. Der Zweifel war im Kopf, also es war nicht mehr, es war keine Freude mehr da und das war die körperliche, ich konnte mich schinnen, das konnte ich schon, aber für einen Sprint muss der Kopf klar sein und das war er nicht. Und dann hatten wir diesen Wettkampf, äh, diesen Wettkampf in Neubrandenburg, das, äh, Sportfest, was von Nike ausgerichtet wurde damals. Und da wollte ich unter Wettkampfbedingungen 100 Meter laufen. Es wurde natürlich, äh, es war ein Sportfest, es war, das wurde natürlich bekannt gemacht. Das erste Mal nach so langer Zeit, dass ich wieder 100 Meter laufe. Es war unglaublich, was da los war. Das war 1995. Es war, na, 1995 habe ich ja schon mein Kind bekommen. Ah, okay. Das ist, äh, das ist, äh, 1993, denke ich mal, äh, war das, aber da müsste ich selber noch machen. Ist auch egal. Von den Jahrgängen ist es egal. Es war nach einer ganz langen Pause mit vielen Sperren und so weiter und so fort. Und da müsst ihr ja doch schon wieder Recht bekommen haben vor dem, äh. Ja, ja, ich, ich hätte schon wieder, also wir durften wieder, wir durften wieder laufen dann. Also das war, ich kann, ich kann es jetzt auch, da müsste ich auch wirklich nachlesen. Ich glaube, das spielt auch keine Rolle. Nein, aber ihr, aber, aber das muss doch eine Genugtuung gewesen sein für dich und auch für die anderen Sportlerinnen, äh, Recht zu bekommen. Vor einem deutschen Gericht, dass es im Grunde genommen die Sperre damals unverhältnismäßig war und nicht, nicht korrekt. Aber damit, da war der Käse schon gegessen, oder? Da war der Käse. Ja, ja, absolut. Das hat dir nicht deine, das hat dir nicht deine sportliche Karriere zurückgebracht. Und es hat natürlich in dir als Menschen auch viel, viel kaputt gemacht. Also du kannst, du kannst ja die Jahre nicht zurückholen. Aber letztendlich im Nachgang, äh, darf ich für mich auch sagen, für mich ist es wirklich immer so, alles hat seinen Sinn im Leben. Man begegnet immer den richtigen Menschen im Leben. Dir werden Situationen vorgesetzt, äh, mit denen du klar kommen musst. Und entweder scheiterst du daran oder du wächst daran. Und, äh, ich darf wirklich für mich im Nachgang sagen, dass durch das alles, was mir im Leben passiert ist, dass das, äh, für mich im heutigen Leben ganz sehr wertvoll war. Und das schon seit vielen Jahren. Wir wollen aber nochmal auf den Lauf zurückkommen. Genau, Neubrandenburg. Genau, Neubrandenburg. Was da los war. Neubrandenburg, dieser Lauf. Also es war unheimlich viel Presse da. Fotografen, Kameraleute. Und alle haben nur gewartet, was bringt sie? Was, was, was ist sie in der Lage jetzt zu bringen nach über zwei Jahren Pause? Alle haben, ja, alle haben gewartet. Ich glaube, ich wünsche es mir im Nachgang noch, ich glaube es, viele haben gehofft, dass es gut geht. Aber es waren bestimmt auch viele dabei, die gedacht haben, oh, hoffentlich versemmelt sie das jetzt, versemmelt sie das jetzt richtig. Ich habe es versemmelt. Versemmeln beim 100-Meter-Sprint heißt eine Zeit, die, oder du bist, nee, hast nicht gewonnen und eine Zeit gelaufen, die war unterirdisch. Die war für mich, ich kann dir die Zeit auch nicht mehr sagen, es war, dieser Lauf war allgemein, das darf ich, kann ich sagen, war für mich absolut nicht zufriedenstellend. Also du musst dir vorstellen, Neubrandenburg hat ein kleines Stadion, so ein paar Ränge nur. Es wurden kleine, zu DDR-Zeiten Sportfeste dort gemacht, wurde sogar mal ein Länderkampf dort gemacht. Und dieses Stadion war voll von Reportern, von Kameraleuten, von überall lag irgendwo was rum. Ich bin in den Startblock gegangen, du stellst dir den ja vorher ein, startest dich vorher kurz ein. Ich konnte es nicht mal machen, es lagen Leute auf der Bahn, um Fotos zu machen. Ich habe vorher gewusst, genauso wie ich das damals gewusst habe und dieses Gefühl hatte, heute ist der Tag deines Lebens in Tokio, wusste ich, wird eh nichts. Ja, aber ich kann ihn doch nicht umdrehen und gehen. Nee. Ich habe diesen Lauf dann gemacht, ja. Ja. Es war nicht gut, es war für mich nicht gut, aber vielleicht war es doch für mich gut. Um abzuschließen. Wenn ich für mich sage, dass alles im Leben, was dir begegnet, Sinn macht, dann war es für mich doch gut, weil das war für mich der Abschluss, glaube ich, dass ich für mich sage oder für den Leistungssport sage, es gibt vielleicht auch noch andere Dinge im Leben und ich habe es halt einfach, es war eine reine Kopfsache. Ich denke nicht, dass es eine körperliche Sache war. Bist du damit dann hart mit dir ins Gericht gegangen, dass du gesagt hast, ja, hättest du besser machen müssen, hättest du besser vorbereiten müssen, hättest du, oder hast du gesagt, okay, jetzt, das ist für mich das Zeichen, ich mache Schluss. Ich kann dir gar nicht sagen, ob ich solche Gedanken hatte, aber es hat mich natürlich ziemlich angestunken, wie der Lauf abgegangen ist, aber ich glaube, ich hatte es auch leid, dieses ständig beobachtet werden und dieses, also da sind, glaube ich, viele Dinge zusammengefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mehr. Man hat dann keine Freude und dann macht es auch keinen Sinn. Dann macht es auch keinen Sinn mehr. Dann habe ich recht schnell, im Mai 95 ist mein erstes Kind geworden und dann war eine andere Aufgabe halt einfach dran, dann kam der andere Teil des Lebens. Und dieser andere Teil des Lebens, du hattest damals ein Sportgeschäft noch, hat dich das erfüllt? Also war das denn der Plan zu sagen, okay, der Sport ist jetzt vorbei, jetzt verkaufe ich Sportsachen, Sportschuhe, das ist so mein Ding? Ich hatte dieses Sportgeschäft, also mein damaliger Freund, der war Kanu-Rennsportler, auch recht erfolgreich, der hatte früher aufgehört als ich mit dem Sport und da hatten wir entschieden, wir machen das mit diesem Sportgeschäft. Und er hat das vom Prinzip, als ich noch Sport gemacht habe, alleine gemacht erst und ich bin erst dann eingestiegen, als das für mich beendet war, die sportliche Karriere. Und dann haben wir es zusammen gemacht, hatten es dann nachher an jemanden auch abgegeben. Aber ich habe viele Jahre im Sportgeschäft gearbeitet. Ich habe superliebe Kollegen gehabt und es hat schon Spaß gemacht. Es sind viele Leute auch hingekommen wegen mir. Ja, klar. Und wir hatten wirklich sehr umfangreiches Sortiment, man glaubt es kaum im Norden. Wir haben Skier aufbereitet, Ski verkauft, richtig gut geschultes Personal dafür gehabt. Es war schon eine sehr, sehr coole Zeit, ja. War das dein Plan B oder hast du gesagt, ich brauche keinen, das Leben kommt auf mich zu? Also gab es einen Plan B? Das Sportgeschäft? Nee, so, dass du sagst, okay, was mache ich jetzt? Das Sportgeschäft gab es ja schon. Ja, ja. Okay, damit war klar. Es war für mich naheliegend. Ich hatte ja, bevor die Wende kam, hatte ich angefangen, ein Fachhochschulstudium zu machen. Wir hatten damals die Möglichkeit, in Neubrandenburg ein Studium zu machen zum Grundschullehrer. Das wollte ich wirklich, wirklich gerne werden. Und es gab Sportlerklassen. Also die Schule oder Studium war auf den Leistungssport angepasst. Wir haben manchmal zu dritt, zu viert nur in der Klasse gesessen. Und die Lehrer waren dann für uns da. Wir hatten die Möglichkeit, zweimal am Tag zu trainieren, in Trainingslager zu fahren. Und die haben das mit uns so gemacht, dass es gut funktioniert hat. Mit drei oder vier Leuten. Manchmal haben wir auch nur alleine mit denen gesessen. Das hat auch gut funktioniert. Das hat aber leider mit der Wende aufgehört. Also da wurden, mit der Wende, nach der Wende, sind die dann auch alle zugekommen, haben gesagt, wir können das nicht mehr gewährleisten. Es geht nicht. Entweder Studium oder Sport. Und ich habe mich damals für den Sport entschieden. Einige andere hatten weitergemacht. Schlau. Aber ich habe, nachdem ich aufgehört hatte mit dem Sport, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt das Sportgeschäft, habe ich nicht nochmal daran gedacht, dass ich das nochmal aufnehme. Obwohl du wärst bestimmt eine gute Grundschullehrerin. Ich glaube auch. Ja, ja. Ich glaube auch, ja. Hattest du, also gibt es da auch schon Fächerkombinationen oder musste man Mathe, Deutsch zeichnen und alles? Die haben bei uns so einzelne, die Fächer einzeln abgearbeitet. Du hättest alles müssen. Als Grundschullehrer musst du ja alles machen. Also da hast du nicht, so war zumindest die Ausbildung zu DDR-Zeiten, du hättest alles machen müssen. Mathe, Deutsch. Alles, Sport, Heimatkunde. Hieß das so Heimatkunde? Heimatkunde hieß das, ne? Ja, ja, ja. Ganz genau. Werken, weiß ich nicht, ob man das aufsahnt. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber Werken, klar. Wo waren deine schulischen Stärken eigentlich? Also Sport natürlich, aber gab es so schöne Fächer? Die du geliebt hast? Oh, ich war in Deutsch ganz gut, denke ich. Und Mathe war nicht so meins. Mathe und Chemie waren nicht so meins. Alles andere war okay. Dann, ja, kommen wir zu der Zeit, die für dich auch nochmal einen ganz, ganz tiefen Einschnitt in deinem Leben hatte. Du hast vom Internationalen Leichtathletikverband eine Entschädigungszahlung bekommen, die im Grunde genommen dir oder euch auf die Füße gefallen ist, weil nicht alles versteuert wurde. Richtig. Ihr musstet eine Steuernachzahlung leisten, was ihr zu dem damaligen Zeitpunkt nicht konntet und seid in Privatinsolvenz gegangen. Du und dein Mann. Aber das war nicht der junge Mann, mit dem du das Sportgeschäft hattest? Nein. Genau. Der eine war Ruderer, der andere war Kanute. Nein, der eine war, ja, der erste war Kanute und der andere war, hat, war Ruder und das ist der Vater meiner Kinder. Genau. Was war das für eine Zeit, war das ähnlich wie damals nach dieser Dopinggeschichte, dass du gesagt hast, oh Gott, jetzt erreicht mich wieder so ein Tiefpunkt, jetzt müssen wir Steuern nachzahlen. Dein Mann war Anwalt, der hätte es eigentlich quasi wissen müssen. War das so eine Sache, wo man sagt, oh, nicht jetzt wieder so ein Tiefpunkt? Irgendwie bin ich ein Kämpfer, habe ich so mitbekommen. Und da kann ich einfach nur sagen, das, was meinen Part betraf, Dummheit, wirklich. Naivität. Dummheit, Naivität. Also ich kann das nachvollziehen, wenn sich einige hinstellen, brauche ich jetzt nicht einen Namen nennen und sagen, dass sie Dinge abgegeben haben und Dinge machen lassen haben und das, was mit dem Geld gemacht wurde. Ja, es war einfach Dummheit und es war eine gerechte Strafe. Und im Zuge dieser ganzen Entwicklung hat sich dein Mann damals das Leben genommen. Du hast es beschrieben, ich habe es nochmal nachgeschaut in der Sendung mit Michael Steinbrecher, Nachtcafé, als eine, ja, mir fehlen mehr oder weniger die Worte. Wie guckst du heute auf diese Zeit, die schlimm war, sicherlich schlimm war für euch, die Nachricht zu erhalten, okay, wir haben hier einen Mann tot aufgefunden. Wie guckst du heute drauf, in den ein paar Jahren vergangenen? Und anders, weil man hat natürlich nach dem Tod auch viele Dinge mitbekommen. Ich schaue da, ich schaue da nicht verbittert drauf. Es ist halt einfach, ich habe zwei Kinder, der Vater der Kinder hat sich das Leben genommen. Und ich habe für mich auch nach dem, es war ein Schock, ja, natürlich war es ein Schock, die Kinder sind da noch anders mit umgegangen als ich. Weil zu der damaligen Zeit war die... Sie waren 17 und 19, glaube ich. War die Entfernung zwischen mir und meinem Mann schon, also ich möchte nicht sagen... Sie euch aus dem Weg gegangen seid schon? Nein, nicht aus dem Weg, wir haben das Leben schon geteilt, aber es war halt einfach, wenn wir beide ganz ehrlich zu uns gewesen wären, hätten wir uns trennen müssen. Und ich kann ja nur von mir sprechen, er hat das anders gelöst. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach nicht den Mut gehabt, zu sagen, ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das alleine ist. Wir haben zwar mal drüber geredet, da habe ich gesagt, du darfst gerne gehen. Er hatte auch eine Freundin, aber es war immer so, wir haben uns nicht getrennt. Und dann hat er sich das Leben genommen und ich stand mit den Kindern mit mal da. Für mich, vielleicht war das in dem Moment auch meine Stärke, dass ich daran nicht verzweifelt bin, dass ich die Kraft aufbringen konnte, es meinen Kindern zu sagen, für meine Kinder da zu sein, mit meinen Kindern zu sprechen und mit meinen Kindern durch diese Zeit zu gehen. Also es war für uns alle hart und deshalb war für uns alle sehr einschneidend im Leben, auch für meine Jungs. Die damals Handball gespielt haben, der eine in Berlin, der andere in Magdeburg, ne? Genau. Also den einen, die waren in einem Turnier, da musste ich den rausholen, der andere war mit einem Abitur. Also es war schon, wenn ich daran zurückdenke, schlimm. Also richtig, wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Und, aber durch meine Sicht auf die Dinge auch letztendlich, weil viele sagen immer, ja, wie feige ist das, wie kann jemand sowas machen? Ich habe dann auch immer zu meinen Jungs gesagt, ja, aber wie verzweifelt muss man auch sein? Wenn man keinen anderen Ausweg, wenn man keinen anderen Ausweg sieht und wie viel Mut muss man auch haben, um sowas letztendlich, um sowas letztendlich durchzuziehen. Und wir haben das wirklich mit allem auch, wie wir zusammen gelebt haben, ich kann auch nicht schlecht über diesen Mann reden. Also er war für meine Kinder der beste Vater, der er sein konnte und deshalb war es für meine Kinder so schlimm. Also meine Kinder hatten einen guten Vater und das hat aber nichts mit meiner Beziehung zu ihm zu tun. Und deshalb war der Umgang damit anders und ich kann, wenn ich rauf schaue, wie er sein Leben gelebt hat und wie er mit dem Leben umgegangen ist und wie er das Leben beendet hat. Ich konnte mit den Jungs gut darüber sprechen und ich konnte den Jungs das auch, glaube ich, ganz gut erklären. Natürlich habe ich Situationen gehabt, wo ich wütend war, dass er mich alleine gelassen hat und es gibt so viele Dinge im Leben, wo auch gerade Jungs den Vater brauchen, der dann mit Mal nicht mehr da war. Aber ja, er war nun mal nicht mehr da und ich habe mich bemüht, habe bestimmt nicht alles richtig gemacht, kannst du ja auch gar nicht. Aber ich habe wirklich versucht, gut mit den Jungs durch diese Zeit zu gehen. Du hast zum damaligen Zeitpunkt bereits längere Zeit ehrenamtlich in einem Hospiz gearbeitet in Neubrandenburg. Da habe ich ein paar Filmausschnitte gesehen und so. Was hat dich dahin gebracht? Gab es da in irgendeiner Weise, weiß ich nicht, jemanden, der gesagt hat, komm mal mit, das wäre vielleicht was für dich? Oder wie bist du zu dieser Hospizarbeit gekommen? Ich wusste, dass es dieses Hospiz in Neubrandenburg gab und ich war vorher ehrenamtlich nirgendwo tätig und ich war zu einer Veranstaltung und da hat jemand vorne auf der Bühne gestanden und hat über die Hospizarbeit gesprochen. Und da habe ich gedacht, hört sich spannend an, kannst du dir ja mal anschauen gehen. Und dann bin ich ins Hospiz, habe mir dort einen Termin gemacht, habe mir dort alles angehört, was die machen und es wurde auch angeboten, eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizhelfer. Weißt du natürlich vorher nie, kannst du es oder kannst du es nicht oder wie geht es dir damit? Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem eigenen Leben? Und zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass nicht genügend Leute da waren. Also die machen so einen Lehrgang, wenn man eine gewisse Leute zusammen hat. Das war zu dem Zeitpunkt nicht. Also habe ich erst mal so angefangen im stationären Hospiz und habe eher die Leute besucht. Es ging in dem Moment darum, soziale Kontakte zu haben. Es gibt so viele Menschen, die auch keinen Besuch bekommen, die alleine sind und die auch alleine sterben. Und darum geht es für die Ehrenamtlichen halt einfach auch, dass jemand da ist in einer Regelmäßigkeit, mit dem man halt einfach, wenn man mag und wenn man nicht mag, tut man es nicht, reden kann. Im Hospiz bin ich zum Beispiel, habe ich mir Leute genommen, bin mit denen an den See gefahren und manchmal schweigend, manchmal erzählen. Man hat viele Dinge, man hat viele Dinge erfahren, weil es ist oft einfacher, mit jemandem zu reden, der einem nicht nahe steht, weil der kann Situationen ja nicht beurteilen. Natürlich gibt es immer zu jeder Seite, zu jeder Geschichte zwei Seiten, aber du urteilst in so einem Moment ja nicht. Du nimmst einfach das wahr, was du hörst. Und das hat mir viel gegeben, hat mir Freude bereitet. Die Leute haben sich gefreut, wenn ich gekommen bin. Und ich habe für mich auch gemerkt, ich habe keine Berührungsängste mit dem Tod. Also ich war in der Lage, mit den Menschen darüber zu sprechen. Hat es dann auch geholfen in der Aufarbeitung oder gerade in der Situation, als das mit deinem Mann passiert ist? Ich denke schon, ja. Ich denke schon, weil ich habe das schon eine ganze Zeit vorher gemacht. Aber natürlich hatte ich das dann auch, das aus? Ah, das ausgemacht. Gerade eben. Okay. Aber das ist, glaube ich, nur der hier. Der geht noch weiter. Der geht noch, okay, gut. Natürlich war das so, aber das war zum Beispiel auch so eine Situation, dass ich mir, dass du dir die Frage stellst, ich habe so viele Leute begleitet, auch in der Häuslichkeit, die Menschen wollten nicht gehen. Es waren auch jüngere Leute dabei, die wollten es einfach nicht. Und die haben gekämpft bis zum letzten Tag. Die Familie hat gekämpft bis zum letzten Tag. Und mein damaliger Mann hat sich entschieden, einfach frühzeitig zu gehen. Und für mich gesehen, er hatte Not natürlich, aber für mich gesehen ohne Not. Weil ich immer sage, egal in was für einer Situation du bist und wie schwer das Leben gerade ist. Ich habe es ja oft genug erlebt, es geht immer eine Tür auf. Und das ist für mich, ich weiß, dass es so ist und dass es nie schlecht enden wird. Du musst halt einfach nur Offenheit dafür haben. Das sollten wir, glaube ich, auch dem Podcast nochmal hinzufügen. Für alle, die solche Gedanken haben, sich mit Selbstmord zu beschäftigen oder so. Ja, richtig. Es gibt Hilfe. Und es gibt Stellen, wo man sich helfen lassen kann. Und es ist wichtig, sich das auch einzugestehen. Und oft merkt es die Familie einfach gar nicht, dass man selber den Mut hat, wenn es einem nicht gut geht, wenn man dunkle Gedanken hat, zu sagen, ich möchte mir gerne helfen lassen. Du beschreibst die Zeit danach, als du dann alleine warst, deine Jungs haben ja weiter Handball gespielt, als Zeit der Stille. So habe ich dem Nachtcafé entnommen. Du hast gesagt, du warst viel in der Stille. Aber hast auch für dich herausgefunden, das Leben ist wertvoll. Es ist so wertvoll. Was oder vielleicht, wer hat dir da Kraft gegeben in dieser Zeit? Kam das alles nur so aus dir heraus? Deine Eltern? Es waren alle für mich da. Es waren alle für mich da. Also ich bin in der Bramburg aufgewachsen. Ich habe meine Freundin natürlich gehabt. Ich habe meine Familie gehabt. Ich wurde aufgewachsen. Ich musste auch keine Entscheidung irgendwie. Natürlich musst du manche Wege alleine gehen. Aber ich war nicht alleine. Wenn ich irgendwo hin wollte, weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist, dann habe ich meine Leute natürlich gehabt. Und das ist wertvoll, dass du in so einer Situation auch aufgefangen wirst. Aber gab es auch die Tage, wo du gesagt hast, ich mache die Decke über den Kopf, ich stehe nicht auf, ich will. Nee, gab es nicht. Gab es nicht. Gab immer den inneren Antrieb. Ja, es gab immer. Es gab Traurigkeit, es gab Wut. Aber nee, das gab es nicht. Weil das merke ich für mich. Ich bin wirklich von Natur aus ein Kämpfer. Wann hast du dir zum ersten Mal dann wieder zugestanden, über eine neue Partnerschaft nachzudenken? Ich habe nie nachgedacht über eine neue Partnerschaft. Also Menschen sind dann in mein Leben getreten. Und wo sich, ich meine, es ist ja auch bekannt, dass ich eine ganze Zeit mit Bob Hanning zusammen war. Es war eine wirklich ganz sehr ehrliche und tiefe Freundschaft, die wir beide miteinander... Auch öffentlich gelebt habt, ne? Ja, genau, die wir beide miteinander hatten. Und es war zum Beispiel auch ein Mensch, der mir sehr, sehr geholfen hat, auch was die Jungs betraf, sehr, sehr unterstützt hat. Und für ein Leben hat es aber halt einfach nicht ausgereicht. Und ja, dann ist mein jetziger Partner mir über den Weg gelaufen. Wie ich gelesen habe und der der Super-LU entnommen habe, bei einem Golfturnier. Ja, ich war sicher. Ich habe noch gar nicht Golf gespielt, ja. Ja, ach so, du hattest gar kein Handicap. Ich habe, nein, ich habe gar nicht Golf gespielt. Du bist eingeladen. Ich war dort, ich war dort eingeladen. Flesensee war das, ne? Genau, das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Nicht weit von Neubrandenburg entfernt, wunderschön. Und da war ich eingeladen zur Abendveranstaltung. Ach, gar nicht zum Golf? Gar nicht zum Golf, nein. Ah, das stand dann... Nein, nein, ich habe nicht Golf gespielt. Ach so, in der Super-LU stand, ihr habt euch beim Golfen kennengelernt. Also wir haben uns, nein, wir haben uns nach dem Golfturnier kennengelernt. Ach so. Ich habe nicht am Golfturnier teilgenommen. Hab ich es falsch gelesen, wahrscheinlich. Ich habe nicht am Golfturnier teilgenommen. Und auf der Abendveranstaltung haben wir uns kennengelernt. Und ja, wie sich sowas entwickelt. Erst mal unterhalten und telefonieren und dann mal irgendwann treffen. Und ja, ich bin ganz sehr dankbar für diese Begegnung. Ihr wart auch zusammen in Tokio nochmal bei deinem WM. Wir wollten. Ach, ihr seid nicht. Wir wollten, wir wollten das machen. Und wir werden es auch noch machen. Gibt es das alte Stadion noch? Die Corona-Zeit ist dazwischen gekommen. Ich weiß es nicht. Nachdem das alles hinfällig war, haben wir uns auch nicht mehr damit beschäftigt. Aber wir machen es definitiv noch. Und deine Jungs, der eine spielt Handball, habe ich gelesen, wieder in Neubrandenburg. Beide. Beide in Neubrandenburg. Beide in einer Mannschaft in Neubrandenburg. Und der eine hat es mit dem Kochen. Kann dir Tipps geben? Ja, der hat der eine... Aaron, glaube ich, ne? Aaron ist der Jüngere. Das ist der, der in Berlin gespielt hat. Der hatte sich recht früh entschieden, kein Handball mehr zu spielen. Ist nach Neubrandenburg zurückgekommen. Trägt den Tod seines Vaters bis zum heutigen Tag. Also ist für ihn wirklich nicht so einfach, durchs Leben zu gehen. Ja, der hat eine Koch-Ausbildung angefangen. Ich hoffe, dass das irgendwann auch nochmal weiterführt. Aber es ist so... Mein anderer, mein großer Sohn ist auch nach Neubrandenburg zurückgekommen. Der hat dann zum Schluss in der dritten Handball-Bundesliga gespielt. Und hat für sich gesagt, nee, jetzt muss ich eine Ausbildung machen. In Dessau, glaube ich, so gespielt. Ja, der hat erst in Magdeburg bei den Youngsters gespielt. War in Lübeck, dann zweite Bundesliga, dann in Dessau nachher. Also der hat einige Stationen gehabt. Und hat dann aber irgendwann für sich gesagt, nee, jetzt muss ich mal eine Ausbildung machen. Aber ganz ohne Handball geht es nicht. Und Neubrandenburg ist ein ganz handballverrücktes Staat. Denkt man gar nicht. Die spielen nicht hochklassig. Aber das ist wirklich so. Unsere Halle ist immer voll. Es ist eine super Stimmung. Es sind so gute Leute da. Und die Leute haben halt einfach Freude. Das ist wirklich, Neubrandenburg ist handballverrückt. Und da hat Bruno dann angefangen. Und irgendwann fing dann auch Aaron an, nachdem er sich so gegen Sport gewehrt hatte, wieder Handball zu spielen. Ja, mittlerweile spielen die beiden in einer Mannschaft. Finde ich sehr lustig. Ja, das finde ich auch. Welche Position? Hast du das drauf? Kennst du das im Handball? Also, ich bin da nicht. Ja, Aaron er ist groß. Der ist 2,3 Meter auf der halben Position. Bruno steht. Bruno ist recht schlauer, kann das Spiel gut lesen. Spielt aber auch halb. Und in der Mitte sind beide recht gut in der Abwehr. Ja, ja. Ein bisschen weiß ich Bescheid. Wie ist dein Tag heute? Also, wie ist dein Tagesablauf? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn jemand fragt, ja, was macht sie eigentlich den ganzen Tag? Die Kathrin fährt früh ins Büro. Ja, ich arbeite in einem Immobilienbüro und bin dort verantwortlich für die Vermietung von Wohnungen. Alles, was damit zusammenhängt. Erstellung Mietverträge, Besichtigung, Absprache mit den Mietern, mit den Eigentümern, Kontakt zur Hausverwaltung. Also, es ist ein recht umfangreicher Jobaufbereitung zum Beispiel, der Wohnung, Fotos machen, einstellen ins Netz und so weiter und so fort. Und ich habe einen normalen Bürotag. Aber du bist schwer beschäftigt. Wenn man versucht, dich zu erreichen, es ist sehr, sehr schwer. Das heißt, du hast viel zu tun. Also, zur Zeit oder des Längeren ist es wirklich so, dass von früh bis abends, also, dass meine Bürotage wirklich recht lang sind. Und dass man sich da selbst manchmal auch vergisst. Aber ich denke, ich hoffe, dass wieder die Zeit kommt, wo man, man muss gut auf sich aufpassen, dass man es da nicht übertreibt. Wir aus dem Norden, wir sagen ja immer, nach Schiedwetter kommt Schiedwetter. Aber ganz so ist es ja nicht. Wenn ich dich sehe, dann bist du der beste Beweis dafür, dass nach Regen auch immer wieder Sonne kommt. Selbstverständlich. Eine Frage noch zum Schluss. Oder soll ich sie lieber deinem Vater stellen? Wer wird Fußball-Weltmeister? Oh Gott, ich kann es nicht sagen. Natürlich hoffst du immer für dein Land, weil die Erinnerung, die man hat an die letzten Weltmeisterschaften, wie, was das für ein Zusammengehörigkeitsgefühl war, der Menschen, wäre natürlich toll, brauchen wir gerade in der heutigen Zeit. Ich kann mir aber auch keinen Fußball mit Glühwein vorstellen. Das wird schwierig. Das ist auch schon so eine komische Situation. Deshalb, glaube ich, hat sich noch niemand damit ... So richtig Gedanken gemacht, wie das wird. Darüber Gedanken gemacht, wie wird das überhaupt, weil es ja auch überhaupt nicht in Frage kommt, dort hinzufahren. Es ist kurz vor Weihnachten. Ja. Und ich weiß nicht, ich würde mich freuen, wenn die Deutschen sehr, sehr, sehr weit kommen. Mein Vater ist da mal sehr recht kritisch. Ich gehe einfach mal vom Guten jetzt aus und wünsche uns und den Menschen, dass wir mal endlich wieder Freude miteinander haben. Lange feiern können, soweit es geht. Genau, und dass wir vielleicht ein bisschen wieder zusammenrücken und mut schöpfen. Genau. Danke, Katrin Krabbe. Viel Liebe wünsche ich dir. Und unseren Hörern sage ich auch Danke fürs Dabeisein. Bleibt alle schön gesund. Danke.